hi hi meine lieben für alle die wissen wollen was ich gerade so mal ich habe mir genommen halben 500 gramm drei eier wasser und hab das vermengt papier zwei große fallen und da gebe ich jetzt jeweils einmal und in die andere fahne die andere hälfte wenn sie es geschmolzen ist ohne zucker und das wird dann so klein gemacht wie kaiserschmarrn als kohlenhydrate mit eier bisschen was auf die retten kriegen